micha du darfst deine vorhaut mitnehmen ok muss ich nachher mal ja ich weiß muss ich nachher mal gucken auge machen siehst du deine kanalbeschreibung habe ich mir alles noch nicht mal angeguckt und durchgelesen aber bloß ein streaming startet was für ein haltloser geselle ich doch bin informieren mich noch nicht mal ausgiebig über die leute denen ich folge und dann noch 1799 wenn du nicht mehr folgst dann weiß ich bescheid naja das das lasse ich drin warum soll ich das rausnehmen es ist doch zumindest bis morgen naja solange meinst du ich dachte jetzt gleich hier nach dem ran nee quatsch es kostet mich doch nichts deswegen warum soll ich es nicht machen also jungs diesmal möchte ich gerne von euch einen kill sehen mit der axt warte ist hier irgendwo ein zombie ich habe zwei kills gemacht mit einem schlag micha was sagst du ja nimmst du bitte ein andere ach so das hast du oh hier wie das tor aufschlägt wie ein kubi wusstest du das noch nicht nee das war cool du kannst du mit fenster aufschlagen du kannst alles mögliche cool cool wer leuchtet denn hier micha hast du deinen taschen an das gelacht opfer dort gibt's opfer zu beklagen gleich wusstest du kannst mit der axt auf so ein fass einkloppen das geht nicht kaputt ok das mache ich gleich das hat micha mal probiert nee warte mal nee nee stimmt ich habe es probiert und du meinst du schon nicht hinterher auf mach das nicht ja er hat mich schon wieder fliegen gesehen in dem moment und bist du geflogen? nö achso wir sind ninjas geräuschlos lautlose killer was ist dort? nach innen ist ein versorgungswagen druckungswagen du siehst ja auch hau ab hau ab hau ab ich sehe mich ich sehe mich ich sehe heiß aus hallo schöner mann wie wärs mit uns zwei nein du bist behaart alter hau ab micha du hast haare auf dem rücken das gefällt einer frau nicht jetzt schöpft aus einem unerschöpflichen vorrat an hass tiraden und beschimpfungen ja ausdauerspritze ja oder was für eine spritze war das eine? ja ach nö ey ich könnte schon wieder im strahl kotzen dann wächst schwingert neif und ich hab letztes problem an demince micha nimmt mit humor das ist aber das trifft auch immer nur micha oder? Oder mit einer Gegengiftspritze. Das Problem ist, Micha versucht seriös zu schicken. Ja, das ist es. Was hat dir denn aufs Fass die Hand? Er hat aufs Fass die Hand? Ich wollte gerade dahinter filmen, dass ich wie ein Berserker schlägt er aufs Fass. Du tuchst so dein Leben. Jaja. Mann, hauen die vor uns ab, oder was? Die schießen jedes Mal woanders, die Idioten. Die sollen mal stehen bleiben. Ist so, ich will jemanden mit der Axt. Ja, ich auch. Ich habe jetzt extra die Aussauerspitze genommen. Wie lange rei... Oh, Köter. Können wir Köter totschlagen. Äh, ja, lass mal in die Richtung gehen. Oh ja, es sind vier Köter. Die kriegen in der Axt nicht klein. Weil der Buster ist schon am Verband, ne? Oh, hier geradeaus ist schon einer. Das Perk Tomerhaut wäre jetzt geil. Mit Axt werfen. Oh fuck, der ist hier direkt in die Richtung. Wo? Hier vorne, bei mir in die Richtung. Oh. Du bist tot. Ja. Du bist tot. Ja. Ja. Mist, ich hab Lunge. Boah Leute, zieht der auf mich, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Der ist doch da gerade auch aus links. Ich kann nichts tun. Nicht tot sein. Das war ein Zombie. Oh. Oh. Man. Hinter dir ist noch einer. Pass auf. Ein Deserteur. Warte, ich muss mein Medipack hier. Okay, das hab ich nicht mehr gebraucht. Diese fiesen Arschlöcher werden doch nur extra. Hätten wir ein bisschen sanfter zu uns sein können. Oh Mann, ich geh an. So ein Quatsch. Oh Mann, ich geh an. 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 Oh Mann.